Eintracht Frankfurt gewinnt mit 3 zu 0 gegen den FSV 1905, beendet eine ganz lange Sieglosserie und es sei ihnen gegönnt, es war heute ein richtig gutes Spiel. Mainz bricht jetzt so ein bisschen ein am Ende der Saison, habe ich das Gefühl, drei Niederlagen in Folge jetzt, aber ich will dem Mainz dann trotzdem keinen Vorwurf machen, die haben trotzdem eine super Saison gespielt und dass man am Ende nicht mehr die Kräfte hat wie größere oder Top-Mannschaften, ist doch ganz nachvollziehbar. Das 1 zu 0 durch Kamado, durch einen fälligen V-Leftmeter, der Torwart von Mainz war sogar noch dran und hat sich selber geärgert, weil den hätte er durchaus haben können, aber so stand es 1 zu 0 für die Frankfurter. Das 2 zu 0 war eigentlich eine Frage der Zeit für die Frankfurter, aber es wollte erst nicht fallen, erst kurz vor der Pause war es Buta, der eigentlich mal nur abgezogen hat aus spitzen Winkeln, da kannst du eigentlich gar kein Tor erzählen, aber was ein schönes Tor, also wenn das nicht das Tor des Monats wird, dann weiß ich auch nicht mehr, einfach nur wunderschön. 2 zu 0 der Pausenstand, die Mainzer haben es ja nicht schlecht gemacht, sie haben ja zumindest probiert, wieder in die Partie reinzukommen, das Ganze ist aber gehörig schief gegangen, denn es kam noch zum 3 zu 0 für die Frankfurter durch Colomani, war super rausgespielt, super Tor von ihm und da war natürlich alles durch. Für Mainz ist es wie gesagt jetzt die dritte Niederlage in Folge und Frankfurt kann ja noch von Europa träumen, deswegen mal gucken, was in den letzten beiden Spieltagen noch geht. Wie fandet ihr das Spiel, schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen, wir hören uns im nächsten Video und ciao.